Wir vertreiben ihn hier komplett aus der Stadt Okay, wir ziehen das jetzt durch Ja okay, wenn das so ist, dann verlassen wir die Stadt Okay, gut Was geht ab, Alter? Was abgeht, habe ich gefragt Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Livestream Wir werden jetzt erstmal in Craft-Tech reingehen und später muss ich mir unbedingt noch was mit euch ansehen Und dann reden wir, dann reden wir Aber zuerst, meine Freunde, geht es jetzt um was viel, viel wichtigeres Denn ich habe mitbekommen, dass unsere, unser Widerstand ist angegriffen worden Petrit wurde festgesetzt, wir jumpen direkt rein, Leute, wir jumpen direkt rein, wir jumpen direkt rein Ohne Kompromiss, ohne Kompromiss Wir wissen, was abgeht, wir wissen, was abgeht, komm Rein hier, rein hier, rein hier und los Hallo? Hey, Revi, was ist hier? Revi, geht Hallo, was ist hier los? Die Umstände erfordern gerade Sondermaßnahmen Mein Handeln, ich bin da Ja, wir müssen Petrit unter Kontrolle bringen Er ist offen, wie Wenn du willst, führe ich dich einmal ganz kurz rum Ich habe mir noch gestern ein bisschen was gemacht und dann gehen wir rüber Also Kevin war schon hier, Kevin weiß, wie man hier hinkommt Ich habe aber vorsichtsmachsam getroffen, Revi Kevin hat nämlich ein Angebot Ein sehr gutes Angebot, mit dem ich persönlich sogar sehr zufrieden bin Okay, gut, ich bin gespannt, ich bin gespannt Also erstes, ihr habt ein Netherportal zugebaut, falls Petrit durchkommt Sehr stark Sehr stark auch zugebaut, ja Ja, aber da kann, er 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 kann sich abbauen, ja Richtig, so und dann habe ich hier oben ein bisschen, damit man so eine Wohnlandschaft hat, habe ich hier so ein bisschen wohnungsmäßig Also da ist noch keine Wohnung, aber ich habe mir hier eine Wohnung schon mal so ein bisschen eingeredet Ja, finde ich gut Okay, und Kevin? Ja, bitte Du möchtest jetzt hier hinkommen? Ich möchte nicht da hinkommen, ich mache dir ein anderes Angebot Was denn? Revi, ich möchte, dass du zurückkommst Kevin, Alter Petrit soll die Stadt verlassen Was? Und du hast auch gestern deinen ganzen Stuff verloren, ne? Ja Ja, du kriegst jetzt gleich die Rüstung von Petrit und alles Ich kann nicht einfach die Rüstung von Petrit nehmen, das macht alles nur noch viel schlimmer Doch, Revi, willst du dich wirklich von ihm unterjochen lassen? Ach, um Gottes Willen, Kevin Hast du so eine Angst vor Petrit? Nein, natürlich nicht, aber das Problem ist einfach Ja, also, dann lass uns gemeinsam Petrit aus der Stadt vertreiben Ja, das ist doch keine Lösung Oder im Gefängnis einsperren Doch, wir schicken ihn ins Exil Aber ich mag es hier so sehr Ich meine, hier habe ich endlich Frieden gefunden, Kevin Ja, hier findest du auch Frieden, wenn Petrit weg ist Aber wie sollen wir denn Petrit aus der Stadt verjagen? Ja, wir vertreiben ihn einfach Wenn er hier nichts mehr machen kann, wird er hier nicht hinkommen Was will der denn dann noch machen? Früher oder später wird er dich so oder so ausfindig machen, Revi Guck mal, was du machst, das ist keine Lösung Das ist einfach nur ein Leben in Angst, was du führst Und dem Problem aus dem Weg gehen Du musst dich in die Berge verkriechen, in deine Höhlen Damit Petrit dir das Leben nicht zur Rolle macht Ja, aber als ob sie jetzt die ganze Stadt mit mir solidarisieren würde Revi, Revi, als unabhängige Partei kann ich dir sagen Der Vorschlag ist tatsächlich gut Ich habe es auch durchdacht Ich würde es machen an deiner Stelle Angenommen, ich würde euch eine Chance geben Und wir kriegen das hin Dann kann ich ja, selbst wenn es nicht funktionieren sollte Immer wieder hin zurückkehren, oder? Ja Kannst du machen Sollte das nicht funktionieren Und wir kriegen Petrit nicht unter Kontrolle Und er macht uns durchgehend das Leben zur Hölle Wir kriegen ihn nicht vertrieben, ja? Dann gehe ich sogar mit dir Okay Dein Wort habe ich? Ja Dann gehe ich sogar mit dir Aber vertrieben heißt doch, dass er nicht zurück in die Stadt kommt Auch wenn er sagt, er bessert sich Ja Weil er wird sich nicht bessern Vertrieben heißt Er darf nicht mehr zurück in die Stadt Vertrieben heißt, dass er nie wieder die Stadt betreten darf Ja Wir vertreiben ihn komplett Wir geben ihm heute den Rest Wir vertreiben ihn hier komplett aus der Stadt Dass er nicht mehr zurückkommt Wir werden ihm vogelfrei erklärt Was machen wir denn, wenn wir offline sind? Ich meine, dann kommen wir wieder Gefängnis Dafür haben wir ein Gefängnis Wir werden hier ein Gefängnis bauen Und das ist ausbruchsicher Da hast du keine Chance rauszukommen Sicherlich gibt es irgendeine Chance Nein, nein, nein Ich habe gerade Es gibt keine Chance Keine Chance aus diesem Gefängnis rauszukommen Es gibt eine Technik Keine Chance Du bist getrappt Für immer und ewig Bis dich jemand befreit Irgendwie wird Petrit irgendwen finden, der ihn befreit Und dann geht der ganze Sch*** vorne los Aber es ist relativ unverscheinend, dass er uns hier findet, oder? Er hat doch die Koordinaten rausgefunden, irgendwie Er hat sich die doch ausgerichtet Er hat die Koordinaten hier rausgefunden? Petrit hat schon die Chords von hier? Es ist doch nur eine Frage der Zeit Ja, der macht es ja gar keinen Sinn, hier zu bleiben, Alter Ja, Revi, das ist einfach noch die ganze Zeit Aber Revi, wir müssen die ganze Zeit aufpassen Dass Petrit nie etwas herausfindet über uns Ich bin mir hundertprozentig sicher Dass ich in die Richtung gerade einen Namen gesehen habe Er hat unsichtbare Trinke Kevin, bist du hier? Nein Nee, Kevin ist hier Sollen wir zur Verstärkung kommen? Nee, ich sehe gerade, Petrit ist gar nicht hier, okay Guck mal, das Schlimmste, was wir ihm nehmen können, ist, dass er nichts mehr machen kann in diesem Projekt Und die mal lassen wir ihm Wir lassen ihm die Wahl, dass er gehen kann Und weiterhin sein Content produzieren kann Und wenn wir ihn erwischen, werden wir ihn dann festnageln So, dass er nichts mehr machen kann, groß Kevin, okay, pass auf Mein Chat sagt zwar Sagt, es soll hier bleiben Und ich fühle es hier auch sehr Ich mag es hier sehr Aber Chat, ganz ehrlich Was haben wir zu verlieren, wenn wir jetzt gehen Uns anschauen, wie es sich entwickelt Und sollte es nicht funktionieren Wir hier Alle zusammen Wieder was Neues machen Sollte es nicht funktionieren Dann kommen wir mit Kevin zurück Revi, viel schlimmer Ich habe hier gerade den Videobeweis, dass Petrit die Koordinaten hat Willst du den haben? Er hat die Koordinaten, Chat Es ist egal Wir müssten eh woanders hin Wenn ich jetzt hier bleibe Petrit ist bei mir Petrit ist bei mir Ich habe ihn Chat, pass auf Ich weiß, dass das eine Falle sein könnte Aber ich weiß, dass Petrit die Koordinaten durch einen blöden Fehler von Kevin hat Und wenn wir jetzt hier bleiben würden Ja? Wenn wir jetzt hier bleiben würden Dann haben wir folgendes Problem Petrit ist innerhalb von 20 Minuten hier Und alles, was wir uns aufgebaut haben Egal, wie oft wir ihn töten Ist früher oder später Zerstört Das heißt, wir müssen uns eh wieder einen neuen Ort suchen Und das ist nicht das Problem Wir haben hier noch nicht so viel aufgebaut Es geht um den Gedanken Ob ich mich weiterhin von ihm unterjochen lasse Und weiterhin mir das Projekt kaputt machen lasse Oder jetzt kämpfe Und Leute, wir sind der Widerstand Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auch Widerstand leisten Denn das, was ich hier habe Ist zwar mein Zuhause Aber Zuhause ist da, wo meine Freunde sind Und Zuhause ist da, wo Early Boy und die anderen sind Also gehen wir jetzt da hin, Leute, okay? Wir gehen jetzt da hin Und nehmen den verdammt nochmal auseinander Und sollte das nicht funktionieren Dann bauen wir uns in den Bergen irgendwo So unglaublich stark auf Dass er uns niemals einnehmen kann Kann ich ein Im Chat haben Wenn ihr meiner Meinung seid In den Chat jetzt Okay Wir ziehen das jetzt durch Bis zum letzten Erbarmen Und dann nehmen wir ihm komplett die Ehre Komplett Ja Ich bin dabei Was? Ich bin dabei Wir haben Pettet Pettet ist in seinem Haus So Pettet, das war's für dich Los Pettet Du hast verkackt Du hast verkackt Du bist jetzt raus Oh oh Ich würde mal sagen Das ist Schachmatt Pettet Du hast jetzt folgende Möglichkeit Du hast jetzt folgende Möglichkeit Pettet Du verlässt die Stadt Ein für alle Male Nein Okay Oder Es ist Minecraft Ihr könnt mich hier nicht festhalten Das geht nicht Sogar wenn ihr mich einbot Irgendjemand kommt und befreit mich Pettet Wir möchten dich nicht mehr hier in der Stadt haben Warum? Du machst nur Ärger Ich hab gestern nichts gemacht Nein Du wolltest mich töten Du wolltest mich töten Und warum wolltest du heute direkt sprengen bei ihm? Okay ich erklär warum ich sprengen wollte Okay hör mir zu Für eine Stunde war ich auf Toilette Ich chill Ich hatte tatsächlich mal vor Um die Uhrzeit alle on zu gehen Dann krieg ich tausend DMs Tausend Okay nicht tausend aber ein paar Wo alle geschrieben haben Ja Pettet Die wollen Die wollen dich aus der Stadt verbahnen Die wollen dies Da mit Rebi kommen Und dann hab ich das Team gestartet Mit dem Titel Ich f*** zurück Weil ihr angefangen habt Versteht ihr Nee ich verstehe es nicht Pettet du hast jetzt folgende Möglichkeit Du verlässt die Stadt Und kannst weiter in Ruhe Dein Content hier machen Oder Wir trappen dich Und du kannst dich nie wieder in Minecraft bewegen Was heißt die Stadt verlassen Wie weit weg Und jetzt kommen wir nicht mit 5000 Blöcken Alter Er kann ja die Base haben Die komplette Stadt Sämtliche Häuser Aller Spieler Tausend Blöcke Entfernung Nee Doch Nein Doch Nee Doch Pettet ich hab keinen Bock mehr Jedes Mal online zu kommen Und zu sehen Was wieder beim Haus kaputt gemacht worden ist Durch dich Ich hab gechillt Ich hab nichts gemacht Pettet du hast mich gesucht Ja und Und hast gesagt Dass wenn du mich findest Und mich tötest Und alles was ich mir wieder neu aufgebaut habe Ebenso kaputt machst Nur um mich abzuf***n Und das machst du nicht nur bei mir so Sondern auch bei anderen Spielern Ich möchte dir übrigens noch von etwas anderem berichten Ich habe etwas für dich vorbereitet Was denn Warte lass uns einfach mal Earlyboy kannst du bitte gehen Stell dich bitte hier in Die anderen dürfen mich nicht sehen Wie Spark direkt talken konnte Oh Leute Nee Spark Das ist sehr schön Danke Wo ist Petrit Wo ist Petrit Petrit Wie Idioten Ich hab euch die ganze Zeit gesagt Ihr sollt da bleiben Das ist nun ja Petrit Damit hast du gerade deine Strafe anerkannt Du verlässt die Stadt jetzt umgehend Verlass dich die Stadt Und ich sag dir eins Petrit Wir gründen diesen Widerstand Den ich gestern gegründet habe Ist ein Widerstand gegen dich Ja Ganz einfach Und Kevin ich glaube Unabhängig vom Ort Schließt du dich den Widerstand an Oder? Ja 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 Und ich glaube auch Joe Craft Schließt sich den Widerstand an Ich werde als unabhängige Partei Euch natürlich helfen Ich habe ja bereits schon gesagt Und ich glaube auch Basti Ist beim Widerstand gegen Petrit dabei Natürlich Was soll das eigentlich denn? Petrit Was war das? Du bist Der größte Stressfaktor In diesem gottverdammten Projekt Die Regel sieht wie folgt aus Du verpisst dich aus der Stadt Und wenn wir dich hier noch einmal sehen Und noch einmal was bei meinem Haus passiert Dann verlasse ich die Stadt Und mit mir gehen eine Menge andere Leute Die extrem Pisste auf dich sein werden Und alles dran setzen werden Petrit Wow Dich so zu trappen Dass du dich nicht mehr bewegen kannst Gar nicht mehr Und es gibt Wege Es gibt Wege Da kannst du uns glauben Das ist auch in Vanilla möglich Ja okay Wenn das so ist Dann verlasse ich die Stadt Okay gut Dann lass mich in Ruhe auswandern okay Ach jetzt gehst du einfach Was soll ich denn sonst machen Wenn du mir sagst Ja ich will spawntrappen Ich kann doch nicht jeden Tag Hier ankommen und gespawntrapp werden Solltest du dich wie gesagt Dieser Maßlone wieder setzen Das Gefängnis wartet auf dich Ich brauche eine Enderchess Nein du brauchst jetzt gar nichts Du brauchst dich jetzt auf die Socken machen Und die Stadt verlassen Ich geh ja schon Ja ich geh ja schon Aber gib mir eine Enderchess Nein du musst bei null anfangen Petrit ich weiß nicht Ob ich dir wirklich trauen kann Ich geh Ich verlasse die Stadt Bring mich zur Grenze Meinst du nicht Es wäre besser wenn wir ihn Direkt einsperren Ja aber dazu brauchen wir erstmal Ein Gefängnis Leute Leute das gefällt mir nicht Das gefällt mir nicht Der ist viel zu kooperationsbereit Was soll ich machen? Wenn Doch ich sag's dir Wenn ich dich ja noch einmal sehe Petrit Du wirst so oft getötet werden Du wirst so sehr gespawntrappt werden Und du weißt Dass wir irgendwie einen Weg finden Dich einzusperren Dann bist du fällig Verstehst du was ich meine? Dann machst du nichts mehr in diesem Projekt Dann ist das Projekt für dich gelaufen Du musst dir das so vorstellen Es soll nachher ein runder Saal werden Und in der Mitte des Saals Ist sozusagen das Gefängnis Und man kann von oben In das Gefängnis reingucken In die Zelle Da kann man auch den Gefangenen beobachten Ja aber der Gefangene verhungert doch mit der Zeit Der kann aber nicht verhungern Der stirbt ja nicht von Hunger Von Hunger stirbt man doch nicht Nur im Hardcore-Modus Nur im Hardcore-Modus Genau Aber man kriegt doch Man hat doch dann irgendwann Nur ein halbes Herz, oder? Ja und? Was bringt dir das halbe Herz Wenn du da nicht rauskommst? Sein Stream heißt Rache an der Stadt Kevin, ich weiß nicht Ob das gut ist Was wir getan haben Wir haben Wir haben Guck mal Sei doch erstmal froh Dass dort steht Rache an der Stadt Das heißt Du bist schon mal Nicht genau alleine im Ziel So das heißt Du bist doch mit uns Jetzt ein Bündnis hier Wir sind doch ein Bündnis Das heißt Ich hab grad einen Clip Einen Clip bekommen Warte mal Dass ich mir jetzt gleich Eine Basis aufbauen werde Und die tyrannisieren werde Wie sie mir So ich den auch Reimt sich zwar nicht Aber egal Petrit hat gerade Ein Ich hab grad einen Clip geschickt bekommen Wo Petrit sagt Dass er uns tyrannisieren möchte Und genau das mein ich halt Es ist nicht einfach Einer gegen alle Alle gegen einen Wenn ich die Stadt einfach verlasse Dann macht er das doch Trotzdem Reh Wie du kennst ihn doch Der hat doch viel zu Der hat doch Spaß daran Dich zu ärgern Dich in die Mangel zu nehmen Ich höre gerade Petrit will meine Uhr sprengen Ich habe heute weder Ich habe nichts gemacht Bei ihm Also wenn er das macht Also das wäre schon Echt übertrieben dann Das sagt er wahrscheinlich Nur damit die Leute Bei dir rumtriggern Und dann deine Zuschauer Zu ihm rüber gehen Null holly Was ist denn Fahrstuhl Ja geht da rein Drück auf den Knopf Und dann einfach gleich durchlaufen Das ist alles getimt Dass die Tür sich im richtigen Moment öffnet Sodass du einfach umgehend hochgehen kannst Crazy Ja krankes Krankes Ding Alter wirklich Du darfst die gleich einmal anschalten Hier Dann haben wir schon mal den ersten Teil Der Maschine fertig Und den zweiten Teil Bauen wir dann gleich Da wo ich jetzt gerade stehe Steck die mal da rein Die Fackel Hier Ist nicht schlecht Aber mach es lieber mal hier Da vor Hier ist halt ein Cobblestone-Generator Genau Und wir werden jetzt gleich noch Einen seitlichen Cobblestone-Generator bauen Der hier eine Wand einzieht Und dann haben wir quasi eine Zelle Und wenn du in dieser Zelle drin bist Und jetzt gerade keine Diamantenspitzhacke hast Dann hast du keine Chance Da jemals rauszukommen Aber wenn ich jetzt angenommen Ich baue es das hier mit der Hand ab Ja versuch es mal mit der Hand abzubauen Der geht viel zu schnell nach Du hast ja keine Chance Ja mit der Pickaxe geht es Ist so ein Mittelmaß Also wenn du eine Spitzhacke hast Dann kommst du dann nach einer Zeit raus Aber ich werde jetzt einen Boden bauen Und der Boden macht genau das gleiche Der Boden regeneriert sich auch von alleine Du musst dir keine Sorgen um dein Haus machen Dem wird nichts passieren Ist dir sicher? Ich bin absoluter Sprengmeister Vertrau mir Also das Schöne bei diesem Gefängnis ist halt Dass wir so einen Saal haben Den wir drumherum bauen können Und da kann man auch wirklich Den Gefangenen beobachten Und auch mit ihm reden Und so von oben herab Das ist so die Idee Das ist der Raum Und hier drumherum würde ich jetzt So eine kleine Art Saal bauen Dass man hier unten reingucken kann Da baut sich jetzt noch eine zweite Wand ein Der Sprengmeister Hat die Installation Der Sprengkörper abgeschlossen Es wird jetzt jeden Moment Einen lauten Knall zu hören geben Gut, das möchte ich mir anschauen Bitte 3, 2, 1 und go Ich hoffe, dass nichts anderes getroffen wird Oh nein, Kevin, bitte nicht Keinein Keinein So, dass du den Sprengs Hat's geklappt? Okay, es hat nur den einen oben weggefetzt Rewi, pass auf hier oben Sekunde, Sekunde, Sekunde Ich hab grad ein Problem Oh mein Gott Petrit ist Petrit ist da Was? Er ist bei meinem Rund Er will Akani töten Sicher? Wo willst du das wissen? Hast du ihn gesehen? Chat meinte gerade Ne, Akani geht's doch gut Alles gut Petrit hat wieder die Facecam an, Alter Ja, Akani Beiß ihn Beiß ihn Es wird jetzt jeden Augenblick Ein bisschen knallen Oh mein Gott Reed will mich zum Essen einladen Oh mein Gott, Leute Reed will mich zum Essen einladen Oh Okay, Kevin, spreng Oh, der Turb sprengt Oh Geil Funktioniert Ja, nicht hundertprozentig Oh nein Noll Stell vor, es fliegt auf einmal rüber zu Joe Oh, oh Ja, geil Wenig TNT noch immer Ja, da bleiben voll viele Blöcke weben Okay, dann müssen wir die ganze Sache hier Au 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 Wie bin ich hier rübergekommen? Holy shit, Alter Hier ist jemand Petrit ist hier Was? Wo? Fuck Hier Er geht auf Akani Ich hab ihn gehittet Er ist hier irgendwo drinnen Ja Oh mein Gott Alter Der Busch hat ihn getötet Lol Was er dabei hatte Guck mal Alter Oh mein Gott Was hat er denn gehabt? Alter Was er vorhatte TNT Tränke und alles Alter Und der ist von dem Busch gestorben Was für ein dämlicher Bot Was für ein dummer, dummer Bot Ich hab ihn abbauen gehört Stark, Basti Richtig stark Richtig, richtig stark Wirklich Ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade komplett geflasht, Alter Lama, Lama, was mit dem Lama? Hat er es umbenannt? Lama heißt jetzt f*** ich nicht mit mir Alles auf Alles klar Kevin, du weißt, was das heißt, ne? Was denn? Ich muss wieder auswandern Wir haben es nicht geschafft, mein Haus zu beschützen Och, komm schon Nein Wir haben doch gesagt, wir versuchen das jetzt ein paar Tage Ich hab ihn ja sofort gekillt Okay, gut Zählt Ihr habt recht Verhalte dich mal so wie Petrit Ich bin Petrit Ganz genau Mach mal richtig Mach mal richtig so wie Petrit sich verhalten würde Ja, genau Ja, das passt, das passt, das passt Okay Rein in den Knast Rein in den Knast Hier ist ein Block Oh lol Okay, okay Okay, Leute Also wir haben Basti jetzt im Knast Der ist jetzt Stell dir vor, Basti hat keinerlei Sachen dabei Nichts Okay, Basti Dann kommt doch mal raus Ich hab nichts dabei Also ich geh jetzt hin und baue hier ab Du kannst auch versuchen unter den Block abzubauen Das funktioniert genauso wenig Basti ist leer So, und dann wird es sofort zugebaut Problem ist Mach mal unter dir Ziemlich, ziemlich nice Prinzip, Alter Also angenommen, wir bauen noch einen Spender ein Der hat Heal Potions Das bringt aber auch nichts Doch, das bringt wohl was Wenn der Spender nämlich von oben wirft, Joe Ja Wo man die Heal Potions nicht rausnehmen kann Und der wird automatisch von der Doppelkiste immer wieder neu geladen Aber ich würde den auch nicht Du musst auch nicht häufig aktivieren Sobald der Schalter umlegt Wichtig, sobald der Schalter umgelegt ist Ist auch die Technik aus Dann kann man auch abholen Ah, das ist egal Sogar mit Pickaxe Das ist auch sch... Okay, jetzt hab ich grad geschafft Aber... Ja, mit Pickaxe geht es Das hab ich schon rausprobiert Aber trotzdem ziemlich, ziemlich nice Ziemlich geiles Ding, Alter Okay, Leute Wir müssen hoch zu Akani Wir müssen hoch zu Akani Gut, ciao Leute Hab einen schönen Abend noch, ne? Macht's gut, danke, ciao Akani geht's gut Okay, gut Okay, nice